Ja, eine lustige Penzerfahrt. Früher gab es eine Buslinie, die ging quer durch Friesdorf, der andere Straße, bis in den Offendorp. Ein Turnhaus, da war eigentlich eine Endstation, da musste der Bus drehen und fuhren wieder nach Blittersdorf. Aber da waren noch lustige Schaffner mit drin. Die hatten also noch einen Fahrer ohne einen Schaffner. Der Schaffner, dort war ein Friesdorf, aus dem Offendorf. Und der lud die Penzer bis zum Wendehammer in den Bus. Die mussten da ein paar hundert Meter bis zur Bomberis Höhe entstehen. Die mussten nichts bezahlen. Die mussten einfach singen auf den Teufel kommen raus. Wir sind die wilden Indianer vom Titicaca-See. Und da singen die dann lauthals und waren am Lachen. Und als der Bus dann das gute Stück von der Bomberis Höhe wieder zurück zum Turnhaus fuhr, laut den Alllöck ob der Bus mit dem Penzer sang. Dolle stießen wir da alle aus. 4 5 5 4 Vielen Dank.